Hallo liebe Schülerinnen und Schüler! Lest euch auf dieser Seite durch, wo es im Landkreis Pfaffenhofen Wertstoffhöfe gibt. Wenn ihr da mit der Maus drüber wandert, dann wird euch auch angezeigt, wo diese Ortschaft ist. Und wenn ihr draufklickt, erfahrt ihr außerdem die Öffnungszeiten und noch ein paar andere Informationen zum jeweiligen Wertstoffhof.